Du bist sicher das kleine Mädchen, das hier in die Villa eingezogen ist, nicht wahr? Nein, wie können Sie sowas denken? Ich wohne sechs Treppen hoch im Hinterhaus, da habe ich ein möbliertes Zimmer. Im Hinterhaus? Hier gibt es doch gar kein Hinterhaus! Ach so? Na klar, deshalb wusste ich auch nicht, wohin mit den vielen Möbeln. Ein paar habe ich schon rausgeschmissen. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Wie ich heiße? Pipilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Efraims Tochter Langstrumpf. Mein Vater ist Negerkönig in Takatukaland und heißt Efraim Langstrumpf. Bevor er Negerkönig wurde, war er ein berühmter Piratenkapitän und alle Seeleute nannten ihn den Schrecken der Meere. Mich nennen alle nur Pipi!